Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu der weiteren Folge Geek Talk Daily an diesem Dienstag, dem 17. Juli 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 416 und ich habe die folgenden Themen für euch bereit. Wachstum, Cortana Kopfhörer, 70 Emojis, Fritz OS, Instapaper, Sonos und Fortnite. Wir beginnen mit dem PC-Markt, dem Computermarkt und zwar dem, der Desktop-Rechner. Mögt ihr euch erinnern, diese Dinge, die früher unter und teilweise vielleicht auf dem Schreibtisch gestanden haben und bei einigen doch auch immer noch stehen, bei einigen anstauben und bei einigen auch nicht so, denn dieser ist zum ersten Mal seit sechs Jahren, wo es nur runter geht, wieder gewachsen. Na gut, auch nur um 1,4% und auch die sind nur geschätzt. Ja, liebe Analysten zahlen wieder mal, aber dennoch, es geht wieder ein bisschen aufwärts. Es sei noch zu früh, um zu feiern und ja, nachdem das so lange runterging, kann es ja auch wieder mal hochgehen. Dennoch sicherlich kein falscher Vorgang. Wer die Gewinner sind davon, Lenovo, HP, Dell und ein bisschen auch Apple und Acer im Bereich der Spielecomputer. Mehr dazu in den Shownotes zum Nachlesen auf daily.geektalk.ch Ja, Cortana Kopfhörer, das ist so ein Schlagwort, was heute durch die Medien durchgehen wird und gestern gegen Abend auch schon durchgegangen ist. Ein Microsoft-Patent hat wieder mal ein bisschen zum, ja, News-Schreiben aufgerufen, denn die haben etwas ausgerufen, ein Kopfhörer, der schlau ist und eure Befehle entgegennimmt und an Geräte wiedergibt, die in eurer Umgebung sind. Sogenanntes Ambient Computing, dankeschön für die Gedankenspause, soll ja die Zukunft des Computers sein, wo man eigentlich quasi irgendwo reinspricht, einen Befehl abgibt und irgendeinen Rechner rundherum löst dann die Aufgabe für rein oder führt den Befehl aus und dazu hat eben Microsoft ein Patent ausgerufen. Wir dürfen gespannt sein, ob das jemals zum Kunden kommt. In letzter Zeit sind ja ein paar Produkte, die Microsoft vorgestellt hat, leider nicht beim Kunden gelandet. Dürfen wir, ja, abwarten, würde ich mal sagen. Der Welt-Emoji-Day war gestern, habe ich komplett verpasst, um euch das schon während des Tages oder besser gesagt während der gestrigen Folge mitzuteilen. Dennoch möchte ich es nicht verpassen, euch das jetzt zu sagen, denn ja, wie es so üblich ist am Welt-Emoji-Day, zeigt auch Apple seine neuesten Emojis, die dann im kommenden iOS, das ist in diesem Fall das iOS 12 im Herbst, vom Markt kommen und da sind 70 Emojis drunter. Vor allem auch rothaarige und unterschiedlich pigmentierte Emojis sind da mit drunter. Was sonst noch alles dabei ist, könnt ihr bei uns in den Shownotes erklicken. AVM, die Firma, die hinter dem Fritz OS und den Fritz Boxen steht, die hat jetzt ein finales Release ihrer Laborversion rausgehauen. Für all diejenigen, die die Laborversion nicht kennen, das ist so genannt eine Beta-Version der kommenden Software, die ihr auf eurer Internetbox eben von Fritz Box oder von AVM habt. Und da drauf hat einiges an Verbesserungen gegeben, sei es im Bereich Heimnetz, es ist im Bereich WLAN ein paar Geschichten geändert worden, NAS wurde gefixt oder bei der NAS-Funktion wurde einiges nachgefixt, im Bereich Telefonie und generell beim System und der Stabilität. Wir dürfen uns also allesamt freuen auf ein hoffentlich bald kommendes finale neue Version von Fritz OS. Instapaper. Kennt ihr den Dienst? So ein Read it later Möglichkeit, also wo ihr Artikel zum später nachlesen euch merken könnt. Die haben ja um 25. Mai herum ziemlich abrupt ihren Dienst eingestellt. Damals hiess es wegen DSVGO, man könne das Ganze nicht sicherstellen. Für uns ein kleines Problem, denn wir stellen darüber unsere Themen zusammen für den Geek Talk Daily, aber auch für den Geek Talk dem Mutterformat und auch für diverse andere Formate. Der Vorteil ist, dass diejenigen, die das Ganze betreiben, wissen zumindest, dass die Schweiz nicht zur EU gehört, heisst, ich wurde nicht ausgeschlossen, ich kann das nach wie vor bedienen, aber der Jan zum Beispiel und der Achim, die können da nichts mehr reinspielen, aus eben dem genannten Grund, weil das eingestellt wurde für uns. Jetzt ist es so, dass die Firma, die das Instapaper gekauft hat, das ist nichts Geringeres als Pinterest, sich jetzt wieder davon löst und Instapaper in eine neue Firma aufgehen wird und da dann auch wieder fleissig betrieben wird. Jetzt hoffen wir mal, dass das Ganze nur ein Ding eben aufgrund dieser Verzögerung zustande gekommen ist und es nicht weiterhin gesperrt bleibt für europäische Nutzer, weil wenn dem so ist, dann müssen wir wirklich umsatteln und leider alles Ganze umprogrammieren für einen neuen Dienst. Nichts wellbewegendes, aber halt wieder einfach mal Zeit, so eine Stunde zwei, die dann ins Land geht, wo man anders hätte machen können. Anders hätte auch machen können Sonos, denn die haben gerade ein bisschen Ärger am Hals. Ihre Nutzer sind verärgert, denn mit der neuen App für Android und iOS ist es jetzt so, dass ein Account-Zwang dazu kommt. Das heisst, wenn ihr die App nutzt oder nutzen möchtet, um da auch irgendwelche neue Änderungen am Setup vorzunehmen, also einen neuen Boxing zuzufügen oder auch sonstige Änderungen, da braucht es dann ein Account dafür. Weiterhin wurde auch sehr stark kritisiert, dass zum Beispiel in der iOS-App diese Bedienungsmöglichkeit weggefallen ist, wo ihr im gesperrten Lockscreen quasi die Musikplay-Pause vor und zurück und so weiter könnt. Alles in allem gibt natürlich viele negative Wertungen. Dürfen mal gespannt sein, wie lange Sonos das über sich ergehen lässt und oder sie dann halt auch darauf reagieren müssen oder dürfen. Aktuell gibt es, glaube ich, kein Spiel, was so viel Euphorie hervorbringt. Gut, Fussball ist vorbei, das ist eine andere Klasse. Ich spreche von digitalen Spielen und da ist Epic Games ganz vorne mit Fortnite. Und die haben zu den sogenannten Sommerspielen aufgerufen und da insgesamt waren es, glaube ich, 8 Millionen Preisgeld ausgeschrieben. Doch bei der ersten Runde wurden von den 10 angekündigten Spielen oder Runden nur vier durchgeführt und der Grund dafür waren Probleme bei den Servern, die sie in den Staaten stehen haben. Und während des Spiels konnte man das Ganze nicht fixen, deshalb musste man das Ganze eben abbrechen. Wir dürfen jetzt mal gespannt sein, wie schnell oder wie langsam das vor sich geht, bis dann die nächsten Spiele anstehen und vor allem auch die nächsten kompletten Spiele. Zumindest die Besucher, die das Ganze live über Twitch angeschaut haben, haben sich dermassen gelangweilt, dass sie weggeklickt haben. Schade, schade für eigentlich das tolle Game. Ich hoffe mal, da wird schnell gefixt. Am Geld sollte es bei denen ja definitiv nicht liegen. Das waren es, die Themen, die ich heute für euch habe zusammenkratzen können. Morgen am Mittwoch dürft ihr wieder von mir hören, wenn ihr mögt. Ansonsten euch einen erfolgreichen und tollen Tag. Und ja, eben, wir hören uns morgen hoffentlich wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.